wir tauschen mal das dagegen und sonst im moment nichts und wir machen uns ein paar super geile redstone blöcke 21 20 so komm gib uns das redstone zack genau so let's do this boah verdammt wie viel redstone wir einfach nur haben das ist ungeheuerlich viel so letzte fuhre zack nochmal 21 es geht kaum ein salver das tue ich einfach hier rein hier haben wir genug platz glowstone nä hais melding g wieder dabei ich kann einfach eigentlich noch mal runter gehen und das letzte die letzte fuhr holen die flur haben wir denn ja wir haben noch 20 minuten ja da hole ich noch eine fuhr und dann ich glaube ich machen bisschen nein ihr schießt nicht ab scheiße wo ist meine ich habe noch 26 kommt her kommt her komm her so hier geht mir wie viele geister hier einfach nur rum geistern so und ab nach unten ab nach hause so schießt mich jetzt nicht ab nein nein gut so super geil wir sind wieder draußen wir haben noch mehr scheiß mitgebracht als eben schon war naja wir können zum beispiel die extreme eszenzen und die gas train schon mal hier weg packen dann powder haben wir hier nicht die gas train kommt hier rein was haben wir denn noch alles mitgenommen silver nugget kommt weg blight berry flamestrings hier rein so was ist denn diese blight berry kann man hier irgendwie benutzen also die nützt so gut wie gar nichts schön zu wissen energy loss 99 prozent error wieso error muss man da vielleicht das zeug dann noch eingeben oder so wo ist denn noch ein bisschen mehr energie zu geben wahrscheinlich nehmen wir mal die zinnkabel anders haben wir jetzt nicht nehmen wir haben das ding sich machen wir sehen mal sie haben sie sind auf oder so? Oder was macht das gerade? Oder macht das irgendwas, was uns hilft? Es lädt sich auf. Sieht aber nicht so aus. Okay, wir brauchen mehr Energie. Nein, kein Obsidian. Weg mit dem Obsidian. Das Obsidian kann ich nach unten packen. Rein mit dir. Zack. So, kann ich auch die Silbernuggets dazu packen. Das Chilisin kommt auch noch mal weg. Jetzt fahre ich hier rein. Tschüss. So. Haben wir auch noch ein bisschen Scrap. Ich glaube, ich habe eindeutig zu viel mitgenommen. Auf jeden Fall reicht es schon mal dafür. So. Wir brauchen Electronic Circuits und dafür brauchen wir jede Menge Kupfer. Kupfer und Redstone. Redstone haben wir hier en masse. Ja, wir brauchen jede Menge Hammer. Und diese Teile. Block of Iron. Haben wir nur einen. Ja, und Iron Ingles haben wir auch noch. Oh mein Gott. Es ist viel. Drei brauchen wir, glaube ich, dafür. Zack. Der kommt weg. Eins, zwei, drei, vier. Habe ich einen neuen Cutter. Nicht schön. Ich glaube, ich kann direkt alle machen. Ja. Da steckt mal alle. Dieser habe ich eigentlich den benutzt und nicht den. Jetzt habe ich zwei kaputte Cutter. Super geil. 15 Stück. Okay, das ist jetzt wieder volle Kanne. Platzverschwendung und so weiter. Ich brauche Lapslazuli. Redstone. 54 müssten sogar reichen, glaube ich. Einmal. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Eins, zwei, drei. Zehn. So. Her mit dem Zeug. Da. Da, da. Zehn Electronic Circuits. Ist doch schon meine Hausnummer. Hm. 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 Die Musik kriegt mich auch gerade im Hintergrund drauf. Was kann es schöner geben? Es geben. Hm. Hm. Hier haben wir wieder was weg. Das Zeug kommt mit. Oh Gott, wie laut es einfach nur ist. So. Jetzt brauchen wir jede Menge Furenses. Und die macht man aus Eisen. Eisen habe ich gerade so gut wie gar nicht da. Das ist so richtig scheiße. Ja, es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Was sind das für Typen. Ja. Ich würde sagen. Kann ich das mit dem Block of Iron machen? Das ist ja voll geil. Nein. Kann ich den Block of Iron irgendwie anders machen? Nein, schade. Okay, also. Block of Iron. 36. Da habe ich ja immer noch was übrig. Nehm.